Heute in dem Video geht es um den Lufthansa Miles & Moor Status und ob es sich lohnt. Ich werde euch erzählen, was ihr beachten müsst, was die Vorteile sind, was aber auch Nachteile sind, beziehungsweise was ihr nicht vom Status erwarten könnt. Da gebe ich euch ganz klipp und klare Hinweise in diesem Video. Auch wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich wie immer Kommentare unten reinschreiben und ich beantworte diese Fragen im Nachgang. Ihr könnt mir auch folgen, ihr habt ja die ganzen Social Links unten in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch nochmal direkte Fragen stellen. Aber lasst uns ins Thema gleich einsteigen und erst das Intro. Bis dann. Der Senator-Status von Lufthansa Miles & Moor ist einer der begehrtesten Status im deutschen Raum. Die goldene Karte mit diesem Schriftzug Lufthansa Senator übt so eine magische Faszination aus, dass viele sogar Umwege in Kauf nehmen, um diesen Status auf jeden Fall zu erreichen. Es ist genauso wie beim Frequent Traveller und da stellen sich wirklich viele die Frage, lohnt sich der Miles & Moor-Senator-Status von der Lufthansa Austrian oder Swiss? Bei dem Frequent Traveller-Status konnte ich kein klares Ja geben, da es wirklich auch auf den Use Case ankam. Für mich war es ein klares Ja, weil ich natürlich über meine Challenge von Null auf Hon, ihr werdet mich sicherlich auf YouTube begleiten und das ist auch das Stichwort. Unten Subscribe-Button drücken, ist irgendwie auch auf dem Bildschirm und dann werdet ihr informiert, wenn ihr die Glocke auch noch drückt, wenn ich online bin. Also insofern ganz wichtig zu machen. Aber lasst uns doch gemeinsam schauen, zu welchem Fazit ich am Ende zur Senator-Karte komme. In dieser Ausgabe gehe ich auch wirklich auf das Thema ein, warum sich der Senator gegenüber einem anderen Starlines-Gold-Status am Ende vielleicht doch für dich lohnt. Der Senator-Status war nämlich jahrelang die höchste Stufe, den es bei der Lufthansa gab, bis vor über 15 Jahren der Lufthansa Miles & Moor-Hon eingeführt wurde. Hon Circle heißt es ganz genau, ich selber war Hon Circle über viele Jahre. Aber nun ist damit der Senator halt der zweithöchste Status. Und dann müssen wir einfach mal schauen, ob dieser mittlere Status-Level sich lohnt. Und wenn ihr die Ausgabe davor gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass der Frequent Traveller-Status der erste Status ist, den man bereichen muss. Das heißt also, bevor man den Senator bekommt, es sei denn, es gibt hier die Ausnahme Challenge, aber so eine Challenge oder irgendein Status-Match ist von der Lufthansa sehr, sehr selten. Also muss man über den Frequent Traveller kommen. Und damit hat der Frequent Traveller auch nach den Basismitgliedern die meisten Leute als Kunden, die eine silberne Karte haben. Davor halt die blaue Karte. Und dann kommt eine kleine Gruppe, die die goldene Karte haben. Der kleinste und exklusivste Kreis in der Gruppe, ich möchte es nochmal nennen, der Viehfliger bei Lufthansa Miles & Moor, sind die Hon Circle. Schwarze Karte. Mein Ziel werde ich bekommen 2022. Ihr begleitet mich. Ich sage es einfach nur nochmal als Werbung. Aber wir werden uns in der Ausgabe wirklich erst um den Senator-Status widmen, bevor wir dann in einer weiteren Ausgabe uns dem Hon Circle zuwenden. Noch ein Hinweis und wäre hier ein Vergleich von der Gold-Mitgliedschaft bei anderen Fluggesellschaften, wie bei Victoria Gold, Schäber Miles oder aber auch, ja viele haben Scandinavian Airlines, Sassgold, ich habe ihn selber, habe mich da durchgerungen, den dann bei der Sass zu holen, weil er einfacher war. Und wie gesagt, ich werde euch hier auch einige Tipps und Tricks zum Lufthansa Miles & Moor Senato-Status geben, denn dann bist du in diesem Video genau richtig. Es gibt den Status in der Tat, genau wie in der FDL auch, nicht nur für die Leute, die viel fliegen, sondern auch, wenn man clever mit Verstand fliegt. Also hier oben einschalten und dann kann man den Senator schon mit zwei Reisen erfliegen und diese Vorteile mehr als zwei Jahre mitnehmen, solange die alten Statusregeln gelten bei der Lufthansa. Wenn man den Status das erste Mal erreicht, dann kann man ihn sogar maximieren auf fast bis zu drei Jahre. Aber lasst uns jetzt mal wirklich in die Details des Lufthansa Miles & Moor Senato-Status eintauchen und schauen, warum er so toll ist, in meinen Augen oder vielleicht auch nicht. Aber schauen wir uns das einfach mal an. Die Qualifizierung. Die mittlere Qualifikationsstufe des Senato-Status erhält man, wenn man 100.000 Statusmeilen erflogen hat. Und je nach Buchungsklasse und Strecke ist die Maulen aus Beutie ja sehr gering. Ihr wisst ja, ich habe das Beispiel ja auch schon gebracht. Buchungsklasse K 125 Statusmeilen auf einem Flug innerdeutsch in der Economy. Es ist wirklich nicht viel. Aber wichtig ist zu beachten, dass man bei Lufthansa Miles & Moor den Senator-Status nicht mit Segmenten erfliegen kann. Also es gibt diese Segmenten, ich regle nicht. Ich weiß, ich schiebe jetzt ein. Es gab es mal vor 20 Jahren oder sowas mit 120 Segmenten oder sowas, das man machen konnte. Aber natürlich ist der Senator-Status mehrere tausend Euro teuer. Deshalb, weil es einfach über Segmente nicht gibt. Es geht aber trotzdem mit einigen Tricks quick und dirty. Zwei First Class Flüge zum Beispiel von Frankfurt nach Sao Paulo. Dieser bringt einen von Null auf fast Senator, aber kostet deutlich mehr als 6.500 pro Flug. 6.500 ist überhaupt auch noch niedrig gegriffen. Wenn wir aber Glück haben, gibt es einen Partner-Sale. Da können wir dann auch nochmal schauen, welche es gibt. Und auch wenn es im Moment welche gibt, ich gehe da nicht näher drauf ein, weil sie, wenn ihr das schaut, vielleicht in ein, zwei, drei Jahren, dann gibt es diesen Sale nicht. Aber es gibt andere Sales. Deshalb spreche ich mich auch auf die Sales an. Die First Class Sales sind meistens auch mit Abflug außerhalb Deutschlands. Und damit kann man die Kosten unter 3.000, unter 2.000 Euro pro Flug drücken. Und die kostenschonendste Art, an diesen Status zu kommen, ist in der Tat der Partner-Sale. Es gibt diesen Partner-Sale zum Beispiel ab Helsinki als Beispiel einfach nur. Da kostet der Flug pro Person um die 2.000 Euro. Mit diesem Angebot hat man mit zwei Flügen den Senator nicht nur schnell erreicht, sondern auch einfach quick and dirty. Die Gültigkeit und die Requalifizierung. Der Lufthansa-Malz-Mor-Status ist mindestens zwei volle Jahre gültig. Warum ist das toll? Ganz einfach deshalb, weil die meisten Status bei den Fluggesellschaften nur ein Jahr gelten. Und noch, solange die alten Regen gelten, sind es wirklich zwei volle Jahre und etwas mehr. Heißt, ihr erfliegt den Status jetzt in 2021, schwieriges Wort, 2021. Dann ist der Status bis Februar 2024 gültig. Den Status muss man dann aber erst wieder verteidigen oder requalifizieren in 2022 oder 2023 mit 100.000 Statusmeilen. Wer sich also anno 2022 qualifiziert hat, hat dann im Jahr 2023 das sogenannte Totejahr. Oder halt umgekehrt muss man halt sehen, wie man das eigene Flugverhalten hat. Solltest du in 2022 und 2023 die 100.000 Meilen knacken, hast du keinen Vorteil, außer mehr Punkte und natürlich diese Select Benefits. Wer die Qualifikation nicht schafft, kriegt natürlich hier auch von der Lufthansa die Möglichkeit, ein Soft Landing. Das heißt also, den Frequent Traveller-Status hat man dann ab dem Februar des Expiring Years. Also das heißt, wenn er in 2024 auslaufen würde und man hat es in beiden Jahren nicht geschafft, dann würde der Status dann zwei Jahre gelten, der Frequent Traveller. Oder aber einmalig um 2.000 Euro verlängern. Ihr habt gemerkt, den FTL, also den Frequent Traveller, der kostet 500, der kostet jetzt 2.000 Euro. Aber auch hier gilt dann allerdings das Thema 1 Januar und die normale Qualifikation der 100.000 Status Meilen ist dann wieder auch möglich. Und es gibt auch nur einen Upgrade-Voucher. Aber dazu gleich mehr bei den Vorteilen. Vorteile des Lufthansa Meils & Moor Senator-Status. Ich habe es gesagt, der Lufthansa Senator-Status ist der mittlere Status und hat natürlich einige mehr Vorteile als der Frequent Traveller-Status. Die Kosten, um den Senator-Status zu erreichen, sind halt wirklich mehrere Tausend Euro. Aber hier gibt es auch einige Wege, um diesen vom Preis her augenfreundlich zu gestalten. Dazu aber im Verlauf weiter mehr. Und lasst uns jetzt wirklich mal schauen, warum die Leute so nach dem Status lächzen und ihn haben wollen. Diese goldene Karte und dann auch noch das rote Gepäck-Anhängerl, um da dann den Leuten zu signalisieren, ich habe den Status. Die Vorteile jetzt. Erstmal was trinken. Vorteil 1. First Class Check-In. Auch hier wieder auf der Webseite wird natürlich die Statuskarte und der hochwertige Koffer-Anhänger beworben in rot und die goldene Statuskarte. Roter Koffer-Anhänger, goldene Statuskarte. Aber das ist ja nicht wirklich so großartig. Deshalb überspringen wir auch dieses Goodie in diesem Fall relativ schnell. Check-In am First Class Counter ist halt wirklich der erste Vorteil, der tangible ist, der wirklich fühlbar ist. Weil man unabhängig von der Buchungsklasse oder beim Priority Check-In im Bereich Frankfurt oder München, da sind diese Areas, einchecken kann. Es gibt aber da auch die Einschränkung, dass es nur bei den Linienflügen mit den Miles & More Airline Partnern geht. Habt ihr euch die Airline Partner gemerkt? Schon aus dem Frequent Traveller Video? Wenn nicht, ich nenne sie euch natürlich gerne. Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Eurowings, Lott, Polish Airlines, Luxair, Lufthansa und Swiss. Also damit müsst ihr fliegen und dann könnt ihr den First Class Check-In benutzen. Vorteil 2. First Class Lounge, Star Lines, Gold Lounge Zugang. Die First Class Lounge ist wohl einer der wichtigsten Vorteile des Status, des Senator-Staates. Das wohl auch für den Magneten sorgt, also wir dann immer so dieses, ich will den Status haben. Dass man also anstatt links zur Business Lounge nach rechts darf in die Senator-Lounge. In Hamburg zum Beispiel ist es links, rechts. Manchmal ist es aber auch andersrum, dass man nach links zur Senator- und nach rechts die Treppe hoch in Frankfurt zur Frequent Traveller Area geht. Und der Lounge-Zugang ist kostenlos und ist ebenfalls eine Begleitperson erlaubt. Das ist der große Unterschied zum Frequent Traveller. Da braucht man nicht zu Zahlen, die mit in die Lounge genommen werden darf. Und bis Mai 2021 braucht diese Person nur einen Star Lines Flug am selben Tag und muss dann die Lounge gleichzeitig verlassen. Aber Änderung ab 1. Mai, 3. Mai, 3. Mai muss die Begleitperson auf demselben Flug gebucht sein. Heißt also ganz einfach, irgendjemanden mitnehmen geht nicht mehr. Dies betrifft übrigens nicht nur die Senator-Lounge oder kann man jetzt nicht sagen, hey Lufthansa, du hast dir irgendwas überlegt. Nein, es ist die Lufthansa in Verbund mit der Star Lines. Die Star Lines hat es gesagt, wie weit die Lufthansa beteiligt war, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das jetzt auch bei der Star Lines so. Also kann man da jetzt einfach sagen, ein Benefit weg. Aber für mich persönlich, ich habe sehr, sehr selten Leute mit in die Lounge genommen, die nicht bei mir auf dem Flug waren. Also insofern kein wirklicher Verlust. Wenn ihr es anders seht, schreibt es unten in die Show Notes rein. Da gehe ich dann auch wirklich nochmal drauf ein. Subscriben. Ich gebe einfach nochmal den Abonnierbefehl. Und was ihr natürlich auch immer wieder bedenken müsst, ist, wenn ihr von der Langstrecke kommt, ihr könnt in die Welcome Lounge in Frankfurt oder in die Swiss Arrival Lounge in Zürich. Die First Class Lounges und das First Class Terminal, das sind dann ganz andere Dinge. Das heißt also, das ist diese FCT oder die FCL. Das ist den Horn Circle Mitgliedern vorbehalten und ist mit First Class Ticket für euch zu öffnen, wenn ihr keinen Horn Circle habt. Also das ist nicht die Lounge. Es ist die Senator Lounge. Ich klarifiziere das nochmal, auch wenn es auch First Lounge genannt wird. Also es ist nicht diese First Class Lounge mit Fahrerservice und einem Schnicki-Schnacki, aber ich gehe darauf in dem Horn Circle Video ein, auch aus eigener Erfahrung. Schauen wir einfach mal. Also mehr als eine Blight-Person, auch Kinder unter 18 Jahren dürfen in die Lounge. Aber wenn es mehr sind, dann muss gezahlt werden. Die Preise fangen bei 39 Euro an. Und wenn ihr mehr Informationen haben wollt, darüber auch wieder links unten, wo ihr das seht. Auch wo es Lounges gibt oder aber auch bei der Eurowings Lounges gibt. Das Verzeichnis habe ich auch jeweils unten nochmal für euch verlinkt, damit ihr es einfacher findet. Einige Lounges in Deutschland wurden nicht wieder geöffnet. Das sind leider die Standorte Bremen, Dresden, Köln, Leipzig, Halle und Nürnberg. Auch im Nang-Streckennetz wird die Lounge in Delhi zum Beispiel nicht mehr geöffnet. Deshalb sollte man da die eher in der Lounge nutzen. Das wäre so mein Insider-Tipp, wenn ihr in die Lounge wollt. Vorteil 3. Starlines Gold. Ja, ihr habt auf der Karte das gesehen. Wer die Karte sich anschaut, sieht oben in der Ecke den Senator-Gold-Status. Ich werde da in der Richtung, muss mal im Kontrollmonitor gucken, werde ich das Gold-Logo nochmal einblenden, damit ihr es seht. In der Lufthansa-Gold-Status oder Senator-Status entspricht dem Starlines-Gold-Status. Und damit hat man mit dem Zugang zu sich zu gesichert, nein, ich muss es nochmal konkret formulieren, mit dem Lufthansa-Senator-Status, der einem Lufthansa, der Lufthansa-Senator-Status entspricht dem Starlines-Gold-Status. Und damit hat man bei mehr als 1000 Lounges weltweit Zugang. Hier ist es auch nicht wichtig, in welcher Reiseklasse man fliegt. Das heißt also, du kannst mit deiner Starlines-Gold-Karte, aka Senator-Karte, in diese Starlines-Gold-Lounge reingehen. Und damit ist das Thema gegessen. Auch hier gilt wieder die Regelung in Bezug auf den einen Gast, den man kostenlos mitnehmen kann. Kinder unter zwei Jahren zählen nicht als Gast. Änderung gilt hier auch wieder ab 3. Mai oder März. 3. März. Ganz wichtig, 3. März. Und da müsst ihr dann einfach schauen, dass ihr auf demselben Flug seid. Und was ganz wichtig ist bei diesen Starlines-Gold-Lounges, die werden von der Starlines betrieben. Die sind Starlines-Gebrandet. Das heißt, nichts mehr mitzutun mit einem Lufthansa-Senator-Lounge, mit einer anderen Lounge oder wie auch immer, sondern es sind wirklich Starlines-Gebrandet. Finde ich sehr schön. Beispiele hier sind zum Beispiel Lounges in Los Angeles, Sao Paulo oder aber auch Amsterdam. Also da gibt es einige. Ich finde das ganz gut. Ihr könnt, wenn ihr bei dem Partner reingeht, zum Beispiel bei Singapur Airlines, die Chris Flyer Gold Lounge nennen oder bei United die United Club Lounges. Und das sind halt in meinen Augen wirkliche Vorteile. Der Starlines oder die Starlines ist der erste globale Zusammenschluss von Fluggesellschaften und wurde am 14. Mai 1997 von den fünf Fluggesellschaften Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Thai und United gegründet. sieht man ja auch diese fünf Diamanten. Und wie man oben an der Auflistung der Fluggesellschaften sehen kann, ich werde euch das einblenden, da habt ihr dann die 26 Mitgliedsfluggesellschaften. Und der Vorteil für die Kunden ist, dass man wirklich bei jeder dieser Fluggesellschaften einen Status erfliegen kann und im Gegenzug ein Grundgerüst an Vorteilen hat. Ich gehe darauf mal ein aus der Lufthansa-Sicht. Ich werde aber auch noch dazu ein separates Video machen. Die Lounge-Zugänge sind halt einer der Vorteile, wenn man nicht in der Lufthansa-Group oder mit den Partnergesellschaften fliegt. Denn die Starlines-Gold-Mitgliedschaft gibt es auch bei anderen Starlines-Mitgliedern wirklich substanzielle Vorteile. Und ich gehe mal wirklich auf die wesentlichen und wichtigsten Vorteile im Detail ein. Lounge-Zugang. Ich hatte es gesagt, ihr habt über 1000 Starlines-Gold-Lounges weltweit und könnt somit wirklich an fast jedem Flughafen der Welt in eine Lounge. Und da bin ich mir fast sicher, dass ihr das dann auch genießen werdet. Die Lufthansa-Business- und Senator-Lounges sind übrigens auch Starlines-Gold-Lounges. Also beide können benutzt werden, wenn ihr keine Senator-Karte hättet. Aber es geht um die Senator-Karte. Deshalb wieder Konzentration. Priority-Check-In. Der Priority-Check-In ist in der Regel der First-Class-Check-In und beschleunigt den Prozess ungemein. Dies ist auch ein wichtiger Benefit in meinen Augen, dass du halt wirklich dich nicht da irgendwie anstellen musst. Zusätzlich-Frei-Gepäck. 20 Kilogramm bei Gewichtskonzept kann dann das wirklich der Unterschied sein. Wenn man ein zusätzliches Gepäckstück nehmen kann, dann ist es das Gepäckstück-Konzept. Also entweder 20 Kilo mehr oder ein Gepäckstück je nach Konzept. Also entweder Gepäck oder Gewicht. Fast-Track-Gold-Track. Das ist eine coole Geschichte. Der Starlines-Gold-Track bringt einem schneller durch die Sicherheitskontrolle. Die Abfertigung erfolgt über eine separate Sicherheitskontrolle und ist an über 150 Flughäfen verfügbar. Es soll nach und nach an weiteren Flughäfen im Netzwerk eingeführt werden. Wien ist da ein Beispiel. Alle Kunden mit einem Starlines-Gold-Status können unabhängig von der Buchungsklasse diese Fast-Tracks nutzen. Ich habe euch mal auch einen Link unten reingestellt. Bevorzugte Buchung Wartelisten-Priorität ist auf dem gewünschten Flug kein Sitzplatz mehr verfügbar. Kann man sich durch die Wartelisten-Priorität einen Vorsprung vor anderen Passagieren verschaffen. Ja, ganz wichtig. Stand-By-Priorität heißt also auch, wenn der Flug überbucht wird, dieselbe Situation, aber man hält wirklich ein Ticket in der Hand, erhält man mit der Stand-By-Priority als Starlines-Gold-Member die höchste Wartelisten-Priorität vor anderen. Ja, hier ein Vorteil. Horn Circle ist auch nur ein Starlines-Gold. Nur als Hinweis. Priority-Boarding. Also auch wenn du ein Economy-Class-Ticket hast, kannst du mit der First-Class oder der Business-Class schon vor den anderen boarden. Das geht natürlich nur, wenn es am Gate auch angeboten wird. Ganz wichtig. Es wird nicht immer angeboten, weil es manchmal auch aus baulichen Gründen nicht geht. Bevorzugte Gepäckbehandlung. Als Starlines-Gold bekommt man einen Orange Farm Priority Baggage Tag. Das ist diese Fahne mit der Aufschrift Priority. Dies garantiert, dass das Gepäck als eines der ersten auf dem Gepäckband liegen würde. Ist doch toll. Du brauchst da halt wirklich nicht zuschauen. Und dann ein weiterer Vorteil des Starlines-Gold-Status ist zum Beispiel, wenn ihr von London Heathrow in die Stadt fahrt, da gibt es Rabatte und Upgrades. Also da nochmal schauen bei der Starlines. Ich werde da nochmal einen Link unten reinschreiben für London, dass ihr mit eurer Goldkarte da auch einen Vorteil habt, wenn ihr mit dem Train fahrt. Vorteil 4 von der Lufthansa. Prämie-Meilen verfallen nicht. Solange der Status gilt, verfallen die Meilen nicht. Das kennt ihr ja schon von der FTL-Karte. Normalerweise verfallen die Prämie-Meilen am Quartalsende, 36 Monate nach Erhalt. Passiert nicht. Top Sache. Vorteil Nummer 5. Ihr bekommt 25 bis 50% Executive-Bonus. Diese Meilen bedürfen eines eigenen Videos. Ja, ich weiß. Kommt, kommt, kommt. Deshalb werde ich hier kurz nur darauf eingehen, aber grundsätzlich gibt es bei den bekannten Airline-Partnern durch den Executive-Bonus 25% mehr Status und Horn-Zirke-Meilen sowie bis zu 25% mehr Prämien-Meilen. Das ist wirklich die Kurzform. Also mehr Meilen, mehr Punkte. Das ist doch toll. Vorteil Nummer 6. Erhöhte Wartelisten-Priorität, die ihr ja von der Starlines kennt, gibt es natürlich auch bei der Lufthansa. Mit dem Senator-Status hast du die zweithöchste Wartelisten-Priorität, aber nicht nur für Upgrades und Prämienbuchung. Entschuldigung, nicht für. Also nicht nur, sondern nicht für. Gilt für Upgrades nicht und nicht für Prämienbuchung. Nur der Horn-Zirkel hat eine höhere. Unterschied ist ganz einfach zu dem Starlines-Gold. Wenn ihr aber auf Lufthansa-Metall fliegt, also Lufthansa, Swiss oder Austrian, wer halt in der Lufthansa-Group ist, da habt ihr mit dem Senator vor den Starlines-Gold-Membern eine Möglichkeit geupgradet zu werden. Also ein Vorteil wieder für die Lufthansa-Karte, wenn ihr viel mit Lufthansa fliegt. Vorteil Nummer 7. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist das geilste Benefit überhaupt. Zwei Upgrade-Voucher, E-Voucher. Es gibt noch einen Benefit, da gehe ich aber genau nach drauf ein. Bei Erreichen der Rekqualifikation des Lufthansa-Metall-Inmortes, den Nase-Status, geht es zwei elektronische E-Voucher. Und ihr fragt euch, was ist das? Diese E-Voucher können 24 Monate lang benutzt werden und sind als Select Benefit gebrandet. Also das heißt, müsst ihr auswählen. Wie der Name verwuten lässt, kann man sich damit eine höhere Buchungsklasse upgraden. Ganz genau. Und was besonders interessant ist, ist, dass man diese auch an Freunde, Bekannte und Verwandte mit diesem Voucher also wirklich auch überraschen kann. Zu diesem Voucher ist eigentlich zu sagen, dass man leider nicht aus jeder Buchungsklasse upgraden kann. Also da muss man immer Augen auf beim Ticketkauf machen. Aber meistens ist es so. Es gibt also Einschränkungen, es gibt auch Einschränkungen bei den Fluggesellschaften, wo diese genutzt werden können. Ich habe auch hier wieder einen Link unten. Bei der Lufthansa Group selbst kann man sich aus jeder Business-Buchungsklasse in die First Class upgraden. Das ist geändert worden. Das ist top. Beim Upgrade mit E-Voucher braucht ihr keine Meilen beachten, denn das Meilen-Konto wird nicht angefasst. Es geht keine Meile weg. Null. Es werden auch keine Gebühren oder Steuern. Vielleicht die habt ihr ja schon bezahlt. Also es ist wirklich nur die zwei Voucher, die ihr abgeben müsst. Und hier mal die Auflistung bei Langstreckenflügen. Diese Werte sind natürlich wie immer One-Way-Werte. Wenn ihr also in der Langstrecke fliegt und ihr wollt von der Economy in die Premium-Economy, ein Voucher. Von der Economy in die Business Class, zwei Voucher. Von der Premium-Economy in die Business Class, ein Voucher. Und von der Business Class in die First Class, zwei Voucher. Also ihr habt es gemerkt, immer eine Klasse höher ist ein Voucher, es sei denn, man möchte von der Business Class in die First Class, da sind es zwei. Oder von der Economy direkt in die Business Class, dann sind es auch wieder zwei. Diese Werte gelten immer egal bei welcher Länge des Fluges und auf Kurz- und Mittelstreckenflügen innerhalb der Miles & More Award Chart Zone wird bei einem Upgrade aus der Economy Class in die Business Class nur ein Voucher berechnet. Das sind also diese Domestic Flüge oder europäischen Flüge. Auch wenn man mehrere Voucher haben sollte, so kann man nicht aus der Economy Class in die First Class upgraden. Also das geht nicht. Und je länger der Flug ist, desto mehr Sinn macht es natürlich. Warum? Ganz einfach. Überleg dir mal, du fliegst 6,5 Stunden nach New York, da hast du halt halb der Zeit, wenn du 12 Stunden nach Los Angeles fliegst. Also das heißt, du hast mehr Bang for the Buck. Deshalb, je länger die Strecke, desto mehr E-Voucher. Und auf den kürzeren Strecken, da lohnt es sich übrigens auch nicht. Warum? Das ist keine richtige Business Class. Da hast du halt denselben Stuhl. Das ist zu wertvoll. Würde ich nicht machen. Und jetzt, wie kann ich die einlösende E-Voucher? Ganz einfach online oder telefonisch bei Mites & More, bei Flügen mit der Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels oder Lott. Einfach in der Besuchungsübersicht, einfach schauen und dann für den Rest bei den Starlines-Partnern anrufen, das lokale Mites & More-Team nutzen. Und die Fluggesellschaften, bei denen das geht, sind wirklich EGEN, EFA, eher Singapur Airlines, South African, TAP, Thai, Turkish, United, um nur einige zu nennen. Also es ist wirklich nichts anderes wie eine Buchung auf Punkte. Und es ist einfach ein, ja, es ist, es ist dasselbe Paket, wo man reingreift. Also das heißt, man hat gewisse Sitze für die Meilenwerte freigeschaltet und in diesem bucht man dann auch mit den E-Voucher rein. Wenn ihr also keinen Sitz mit Meilen kriegt, würdet ihr auch keinen mit E-Vouchern bekommen. Als Zahlungsart könnt ihr das einfach auswählen. E-Voucher und sollte es Probleme geben, hilft wirklich an, das Service Center hilft. Und ihr findet auch alle Informationen unten in dem Link. Ich habe eben schon beim Vorteil 7 davon geschwärmt. Jetzt kommt Vorteil Nummer 8. Senator Companion Award. Ein wesentlicher Vorteil des Senator-Status gegenüber den anderen Starlines-Gold-Status ist neben den E-Vouchern der Senator Companion Award. Der Companion Award ermöglicht, dass du eine Begleitperson mitnehmen kannst, die 50% weniger Meilen benutzt, um mitfliegen zu können. Wichtig ist, dass die begleitende Person, also der Companion mit dem Senator, die Reise gemeinsam durchführt. Das heißt also, ihr müsst wirklich nebeneinander sitzen, zu zweit, immer zu zweit. Das ist ein Problem. Natürlich bucht der Senator auch ein Ticket, auf den Lufthansa Meils-Ambau-Prämien-Meilen. Und dann gibt es für die zweite Option halt diese 50%-Reduktion. Ist doch eine geile Sache, oder? Ausgeschlossen sind natürlich FlySmart-Flugprämien, Meilschnäppchen und Kinderflugprämien. Ganz, ganz wichtig. Also, dieser Companion Award ist buchbar auf durchgesichteten Flügen von Austrian Airlines, Lufthansa Swiss, Air Dolomiti, Eurowings, Lux Air, Lott Polish Airlines, Brussels und Croatia. Und bei ausreichendem Meilenguthaben, ihr könnt das so oft benutzen, wie ihr wollt. Es gibt keine Limitierung. Und das ist doch echt toll. Also das heißt, das ist ein Vorteil, wenn ihr Meilen gesammelt habt, ob durch Flüge, durch irgendetwas im Meils-Ambau-Portofolio, wo ihr Versicherungen abgeschlossen habt, oder Zeitungsabos. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Lufthansa Meils-Ambau-Meilen zu sammeln. Es gibt keine Limitierung, wie ihr auf die Hülsen nutzen könnt, außer euer Meilenkonto. Ihr wisst ja, keine Meilen, keine Fete. Insofern, sammeln, sammeln, sammeln. Vorteil Nummer 9. Ihr habt ja mitgezählt. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viel Vorteil es gibt, aber Vorteil Nummer 9, Senator Premium Award. Ich muss so machen, weil ihr habt den Daumen gesehen. Also es sieht jetzt so aus, als ob ich mir die Hand vor das Gesicht halte. Aber auf jeden Fall, Vorteil Nummer 9, Senator Premium Award. Mit dem Senator Premium Award erhöht sich die Verfügbarkeit der Flugprämie und kostet das 1,5-fache des normalen Meilenfluges. Es ist auf einem Wunschflug, also eine Premium-Buchung, nicht möglich und dann könnt ihr das mit dem Premium Award machen und könnt es auch für eine Begleitperson machen. Begleitpersonen können halt wirklich auch hier wieder Freunde, Bekannte, Verwandte sein und er gilt nur in der Economy, in der Business Class, auf europäischen, aber auch auf interkontinentalen Flügen. Auch One-Way-Flüge sind möglich und es gibt keine Limitierung der Nutzungshäufigkeit. Aber, ehrliche Meinung, macht es nicht. Es ist Perlen vor die Säue geschmissen, eure hart erarbeiteten Meilen, dass ihr die dann verschwendet. Also ich würde es nicht machen, ich würde dann eher ein anderes Datum nehmen oder sowas oder dann E-Voucher einsetzen. Aber auf jeden Fall Premium Award. Nein. Vorteil Nummer zehn, erhöhte Wartelisten-Priorität. Ist auf der Wunschverbindung kein Platz mehr verfügbar, dann hat man als Senator die zweithöchste, die zweithöchste Wartelisten-Priorität auf den Flügen, die von der Lufthansa Starlines durchgeführt werden. Upgrade- und Premium-Flüge sind natürlich wie immer ausgenommen. Coole Geschichte, oder? Vorteil Nummer elf, elf, ich weiß gar nicht, wie mache ich denn jetzt elf, elf, egal. Also erhöhte Freigepäckmenge. Auf Flügen der Lufthansa, Miles & Moor, Partner, Gefluggesellschaften, ich kann sie euch, soll ich noch nennen? Ich lenne sie euch noch einmal. Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Eurowings, Lott, Polish Airlines, Luxair, Lufthansa und Swiss gibt es ein zusätzliches Gepäckstück beim Stückkonzept. In der Economy Class zwei Gepäckstücke, bis zu je 23 Kilo, Premium Economy, drei Gepäckstücke bis zu 23 Kilo, Business Class drei, aber dann 32 Kilo und der First, hey, drei Gepäckstücke bis 32 Kilo, ist doch toll. Beim Gewichtskonzept sind wie immer 20 Kilo zusätzlich. Die Regeln sind etwas verwirrend und gelten auch nicht bei allen Starlines-Partnern, beziehungsweise gar nicht bei den Starlines-Partnern. Ganz wichtig ist auch, dass diese Regeln nicht bei den Leittarifen der Lufthansa Group gelten. Ich habe die Regeln nochmal unten zum Nachlesen für euch verlinkt. Ich trinke jetzt erstmal was, bevor wir zu Vorteil Nummer 12 gehen, weil mir sind ja auch die Finger ausgegangen. Vorteil Nummer 12, Golfgepäck. Das ist ein super, super Ding. Es heißt zwar Golfgepäck, aber es kann auch ein Sportgerät sein, was ihr nehmen könnt. Und man kann dieses Gepäckstück kostenlos zusätzlich mitnehmen, aber auch hier wieder die Einschränkung, Leittarif gilt logischerweise nicht. Es gibt auch keine Kulanz mehr. Also da, richtigen Tarif buchen. Vorteil 13, kostenlose Sitzplatzreservierung. Lufthansa-Senatoren können ihren Sitzplatz unabhängig von der Reiseklasse vorab reservieren und das Ganze ist kostenlos. Ihr braucht nicht bezahlen. Einzige Ausnahme sind Buchungen mit einem Leittarif in der Economy Class auf Europaflügen. Also, Leittarif ist böse. Ist ganz, ganz böse. Die Begleiter müssen auf Europaflügen die Reservierung mit Mehrbeinfreiheit natürlich bezahlen. Ist doch klar, oder? Auf interkontinentalen Flügen ist die Sitzplatzreservierung für bis zu drei Begleiter der Senatoren in allen Reiseklassen und für alle Sitzplätze kostenfrei. Informationen unten in den Bildern. Vorteil 14, Buchungsgarantie. Bis 48 Stunden vor Abflug gibt es für Senatoren eine Buchungsgarantie in der Business Class. Natürlich wieder bei den Lufthansa Group Airlines. Die Business Class Buchungen in der Buchungsklasse werden in J reingebucht. Bei Croatia Airlines, Lord Polish Airlines in Buchungsklasse C. In der Premium Economy Class bei Austrian und Lufthansa ist das Klasse G. Und auf der Lot und von den durchgeführten Flugen gilt die Buchungsgarantie in der Premium Economy Class in der Buchungsklasse P und in Economy Class in Buchungsklasse Y. Es sind natürlich eine der teuersten Buchungsklassen und die Kosten sind wirklich dementsprechend. Also, aber wenn man irgendwo hin muss, ist es doch eine coole Sache, dass man, ja, dass man einen Sitzplatz bekommt. Vorteil 15. Wir gehen langsam, aber sicher aufs Ende zu. Ich weiß, es sind so viele Vorteile, aber ist auch geil, oder? Hey, muss sich lohnen. Also, nun weiter mit Vorteil 15, die exklusive Senator Hotline. Die Senator Hotline hat in vielen Ländern eine besondere Rufnummer, die bei Fragen, Premium Buchungen oder wie Lufthansa selber sagt, bei Kritik oder Anregungen gerne zur Verfügung steht. Der Hauptvorteil ist, dass die Wartezeiten mit der Senator Hotline wirklich wesentlich kürzer sind als auf der normalen Hotline. Man wird also prioritisiert, ich denke, das Wort gibt es. Also, insofern, ihr habt Priority. Vorteil Nummer 16. Lufthansa Exklusiv Magazin. Wer den Wohnsitz in Deutschland hat, erhält das monatliche Magazin. Ich fand es lustig, drin rumzublättern. Ich vermisse es jetzt auch nicht wirklich, aber es ist halt ein Vorteil, den man hat. Also, insofern, muss man ihn erwähnen. Vorteil. Also, eine kleine Pause, weil es wird gebohrt. Ich weiß nicht, oder? Können wir weiter machen? Vorteil 17. Meilenvorschuss, 50.000 Prämienmeilen. Ja, es ist wie ein Girokonto, ihr könnt überziehen. Es gibt einen Überziehungskredit. Man hat die Möglichkeit, als Senator das Konto mit bis zu 50.000 Prämienmeilen zu überziehen. Das ergibt besonders dann Sinn, wenn man irgendetwas buchen möchte, aber noch nicht alle Meilen auf dem Konto verfügbar sind, gut geschrieben sind, oder man weiß, in der Zukunft, man hat halt noch Flüge, die kommen. Aber Achtung, wer von dem Angebot gebraucht macht, muss auch wissen, dass diese Meilen zurückzuzahlen sind. Und wenn ihr es also nicht schafft, die Meilen wieder zurückzubekommen, das gilt natürlich auch, wenn ihr Zeitungsabos und sowas macht, aber dann werden die Punkte wirklich zu einem sehr unwirtschaftlichen Faktor in Euro in Rechnung gestellt. Ja, es gibt dann eine Rechnung. Ist wieder eine Bank, die nimmt Zinsen, Meilenvorschuss, und Moor nimmt dann auch eine Art Zinsen, wenn ihr nicht zurückzahlen könnt. Vorteil 18. Vorteil 18. So, 18. Vorteil 18. Kostenlose Meilenvorschuss-Kreditkarte. Ich gebe euch auch die Finger 18, damit ihr es visualisiert habt. Die Meilenvorschuss-Senator-Karte gibt es auch als Kreditkarte. Es ist die Kreditkarte Gold und sie bleibt auch Gold, aber es wird das Lufthansa Meilenvorschuss-Modologo um Senator erweitert. Und die Karte kostet normalerweise 110 Euro. Und das ist der Vorteil. In dieser güldenen Senator-Variante ist diese kostenlos. Das waren auch schon die Vorteile. Also 18 Vorteile, wo man wirklich sieht, dass der Lufthansa-Senator-Status einen Vorteil bringt. Die 18 Vorteile sind natürlich super, aber da müssen wir jetzt auch auf Thema eingehen, was ist nicht im Status inkludiert. Es gibt einige Vorteile, die man wirklich erwarten könnte. im First-Class-Lounge und so weiter. Aber die First-Class-Lounge und das First-Class-Terminal sind tabu. Also ohne First-Class-Ticket, da kommt ihr nicht rein. Und da diese auch keine Lufthansa- oder Starlines-Gold-Lounges sind, ist es leider zu Recht. Und die Senator-Lounges sind auch die Starlines-Gold-Lounges. Also um in den Genuss dieser beiden exklusiven Lounge-Arten zu kommen, First-Class-Ticket oder ihr müsst Horn-Circle werden. Nächstes Video. Denkt dran, da kommt der Horn-Circle. Und was ein anderes Thema ist, ist auch leidig. Aber es ist der Leittarif, ich muss darauf hinweisen. Also du kriegst wirklich das Golf-Gepäck oder das Sport-Gepäck, was man besser sagen sollte, nicht mit. Zusätzlich und fürs Gepäck fallen immer unabhängig vom Tarif da irgendwelche Gebühren an. Also es gibt keine Freimengen. Und für die, die sich gerade vom FTL zum Senator hochgeflogen haben, sei es wirklich nochmal erwähnt, keine Qualifizierung oder Segmente. Beim Senator gibt es das nicht. Ihr müsst euch über die Statusmeilen qualifizieren und den Lufthansa Miles & Moor Status mit 100.000 Meilen erfliegen. Lass uns nochmal darauf eingehen. Mit Statusmeilen kann man den Status wirklich schnell und schmerzlos erfliegen, aber es ist auch wesentlich teurer. Das Beispiel mit dem Flug von der First Class oder in der First Class von Sao Paulo, Ex-Helsinki oder Tallinn oder was es da auch immer gab als Specials oder gibt, habe ich euch einfach schon gesagt. Aber es geht auch mit Flügen in der Business Class. Also ihr nehmt teurere Buchungsklassen innerhalb Europas, da gibt es 2500 Statusmeilen bei den Flügen, die über internationale Grenzen sind, also kann man verdoppeln. Ihr kennt den Trick ja schon über die Segmente, hier würde das dann nicht für die Segmente, sondern für die Meilen als Grund sein. Also Hamburg-Wien könnt ihr direkt fliegen mit Austrian beziehungsweise Eurowings glaube ich geht's. Aber jetzt geht es so, dass ihr dann fliegen könnt Hamburg-Zürich-Wien und damit habt ihr dann auch das Ganze verdoppelt. Ihr könnt ihr natürlich auch an Stadt Zürich-Warschau einbauen. So bekommt ihr halt auf dem Hückflug und dem Hinflug je Segment 2500, das sind dann 10.000 Statusmeilen und ihr habt so den Status nach 10, also wirklich zwei Hände voll, den Status im Sack. Und das ist aber immer noch eine der teuren Varianten. Lass uns doch nochmal auf einen First Class Sale eingehen, weil das ist wirklich eine billigere Variante und da auch wirklich den Status fast schon Quick and Dirty zu bekommen. Denn ihr müsst einfach bei einem Sale, der Ex-Helsinki oder Tallinn geht, Stockholm, also Skandinavien oder es gibt auch andere Städte, Amsterdam und so weiter, da gibt es immer wieder welche. Da gibt es halt das Beispiel nach Sao Paulo, das bringt euch pro Strecke 24.422 Meilen. Das sind Statusmeilen und wenn ihr also wirklich einmal hin und zurück fliegt, dann sind das 48.844, die ihr auf dem Zähler habt. Somit fehlen euch wirklich nach zwei Flügen oder nach vier Segmenten innerhalb interkontinental und dann nochmal innerhalb von Europa. Vier dazu. Ihr müsst ja auch nach Helsinki kommen und euch positionieren. Da könnt ihr einfach die fehlenden 2312 Statusmeilen holen. Positionierungsflug ist halt wirklich der Flug, wo man da sich positioniert. Heißt, der Flug geht Ex-Helsinki, allerdings wieder über Frankfurt, dann müsst ihr halt von Düsseldorf oder wo ihr auch immer seid erst nach Helsinki fliegen und das ist der Positionierungsflug. Damit ist es wirklich einfach und damit hat man wirklich mit diesen zwei Flügen und dem Positionierungsflug den Senator schnellstens erreicht. Bei weltweiten Flügen richtet sich die Statusmeingutschrift nach der Entfernung und wird mit der Buchungsklasse 25%, 300% in der First Class, aber das kennt ihr doch schon von der FTL-Geschichte, multipliziert. Und die 25% gibt es also wirklich in der billigsten Economy Class, aber in der First Class gibt es die 300% und deshalb ist halt der First Class Deal nach Sao Paulo oder wohin auch immer wirklich richtig top. Und dann gibt es natürlich auch noch den Executive Bonus, der euch da noch ein bisschen höher gibt, aber denkt dran, es geht nicht auf die vollen Mines, sondern nur auf die Base Mines, das ist geändert worden. Lufthansa Senator, Lifetime-Status. Ja, Lifetime, das ist immer geil. Ihr braucht euch nicht mehr qualifizieren, das ist quasi der Holy Grail. Und es ist aber leider kein offizielles Benefit bei Lufthansa Weizmoor. Es ist nicht in die Terms und Conditions reingeschrieben und im Moment bei den alten Regeln nicht, aber bei den neuen kommt es. Aber die gehen wir gar nicht ein, weil die gelten ja im Moment noch gar nicht. Deshalb, wann kann ich den Status als lebenslangen Status beantragen? Ja, genau, richtig, ist kein Automatismus. Ihr müsst es beantragen. Ihr müsst 60 Jahre oder älter sein, 10 Jahre Senator oder Horn Circle am Stück, eine Million geflogene Status meilen und wichtig, der Status wurde nicht requalifiziert. Das heißt also, ihr müsst auf den Frequent Traveller zurückfallen. Richtet sich also wirklich an die Leute, die aufgrund ihrer, ja, eurer beruflichen Veränderung, weil sie in Pension gehen oder so weiter, da dann ganz einfach, ja, den Vorteil mitnehmen wollen und Lufthansa auch anerkennt, hey, ihr habt aber lange genug dafür was getan. Aber schade ist halt wirklich, dass jeder, der unter 60 ist, weit von 60, Gott sei Dank, entfernt das nicht bekommen, obwohl ich die 10 Jahre Senator Horn war oder aber auch, also über sogar die eine Million Meilen habe, aber klappt halt nicht. Und wie immer in diesen Zeiten, ihr wisst ja, Corona-Status-Update, das heißt also, wann im Februar oder wenn der Status im Februar 2021 verfallen würde und wird, würde und wird, wird dieser um ein Jahr verlängern. Ansonsten wird es wirklich kulante Lösungen geben und die kommen halt nach und nach rein. Auch die Änderungen der Qualifizierung, ich habe es ja eben auch immer zwischen den Zahlen gesagt, die werden noch nicht kommen, aber sie kommen ganz sicher, weil diese Änderungen, sie machen auch in meinen Augen Sinn. Aber wie gesagt, ab jetzt gilt immer noch die alte oder jetzt gilt immer noch die Geschichte, weil ab 2021 sollte halt die Möglichkeit geben, dieses Ganze über ein Punktesystem, was wesentlich einfacher ist, zu erlangen, aber es ist halt verschoben. Schade, weil da gibt es einen Lifetime. Aber da mache ich dann auch wieder ein Video und ja, da können wir einfach mal schauen, was da passiert. Wir müssen auch ein bisschen über Alternativen zum Senator-Status sprechen, weil es ist wirklich der zu schwerste, aber am schwersten zu erfliegende Status in meinen Augen. Hat aber er trotzdem, er hat Vorteile, weil die Vorteile sind wirklich dieser Executive Bonus, die 25 Prozent, Senator Companion Award, Upgrade Voucher, die Mights and More Sammelmöglichkeiten ohne zu fliegen, Payback-Punkte zu Mights and More transferieren. Achtet darauf, keinen Autotransfer zu machen, sondern macht es immer dann, wenn eine Promotion ist. Wenn ihr aber auf diese Vorteile verzichten möchtet, könnt oder sagt, hey, ich möchte einen anderen Programm sammeln, dann geht zu Äthiopien, Schäber, Mights, Sass, Euro-Bonus, Egen, Mights and Bonus oder ASEANA. Das sind wirklich Programme, bei denen man in Starlines Gold ab 40 Segmenten oder ab 40.000 Meilen je nach Programm bekommen kann. Und man kann natürlich mit diesen Programmen den Status günstiger und schneller bekommen, also den Starlines Gold, aber ihr verzichtet auf das, was ich euch eben gesagt habe. Fazit. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Viele sagen, hey, Gott sei Dank, ich weiß gar nicht mal, wie viele Minuten wir jetzt sind, aber schauen wir einfach mal. Ja, also der Status ist immer eine Frage, ob er sich lohnt und lohnt sich der Lufthansa Mights and More Status und damit schließen wir wirklich den Kreis vom Anfang im Loop einmal rum. Ist das ein Kreis gewesen? Natürlich kann man sich den Starlines Goldstatus wirklich schneller und leichter erfliegen, als man den Senator bekommt, aber ich denke, dass bei überwiegender Nutzung der Lufthansa Group es sich wirklich lohnt, den Senator Status zu haben, weil natürlich die Mitglieder des eigenen Programms bei Upgrades besser behandelt werden. Ihr wisst das doch selber, wenn ihr Stammkunden habt, die bei euch Stammkunden sind oder wenn ihr irgendwo hingeht, werdet ihr besser behandelt, wenn ihr aber Kunden habt, die aufgrund von irgendwelchen Agreements oder sowas von euch auch Benefits haben, dann steht man halt Inter an. Und im Gegensatz zum Frequent Traveller Status hat der Senator Status wirklich richtige Vorteile. Ich sage es wirklich nochmal, Companion Award, das ist top. Dann diese 50%, aber auch die 2i Voucher, das ist wirklich top. Und wirklich nochmal, mit dreimal mehr meinen kann man sich den Hornstatus auch erfliegen. Da wird beim Nachbarn gebohrt. Gute Sache, geile Sache. Schauen wir mal, wie ich das rausschneide. Also wie gesagt, im Gegensatz zum Frequent Traveller Status hat der Senator Status richtige Vorteile. Mit dreimal mehr Meilen kann man das natürlich auch erwarten. Und ich sage es wirklich nochmal, der Hornstörkel hat auch wirklich viele weitere Vorteile, die angenehm sind. Aber um diesen zu erreichen, muss man halt auch wirklich 600.000 Statusmeilen in zwei Jahren erfliegen. Und dann sollte er auch besser, besser sein. Genau, besser, besser. Und ihr könnt mir ja folgen weiterhin, damit ihr wirklich keine Folge mehr verpasst. Und ganz wichtig, von Null auf Horn, das ist die Mission von Lars. Und ich habe euch diesmal halt auf den Vorteilen mitgenommen. Ihr könnt mir auch schreiben, was ihr denkt über die Vorteile. Oder auch in einem persönlichen Gespräch oder Chat Einstein Clubhouse ist ja auch jetzt hip, wo wir jeden Abend online gehen. Also insofern, ich freue mich auf eure Kommentare und freut euch auf das nächste Video zum Thema Horn Circle sollte nächste Woche kommen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.